5 Runde, kurz zu verdämmeln, boah, kurz zu wieder meine Freunde, Jack Paul, die sind einfach 60 Millionen Dollar dafür, dass dieser Davidson und Kanye West kämpfen, verdammt nochmal, Jack, was hast du denn davon, verdammt nochmal, du willst verzweifelt in Kanye West zu gucken, wie er versucht seine Kim zu erobern, die dieser David, dieser Petey oder wie er, keine Ahnung wie er heißt, irgendwie sich gekrallt hat, verdammt nochmal, das ist doch einfach nur traurig anzusehen, was es einem Kanye geworden ist, der irgendeiner Frau hinterherläuft, die die ganze Zeit irgendwie einen anderen Typen will, das ist doch einfach nur traurig, verdammt nochmal, lass, man sollte den Kanye lieber helfen und ihm sagen, geh mal raus, klär dir ein paar andere Frauen, aber ihn da irgendwie noch zu unterstützen, finde ich ein bisschen dreckig, man, du könntest auch mal die, na Bro, oder keine Ahnung, ihr könnt Freunde sein, trinken Bier zusammen und chillt ein bisschen, aber ihn dazu ermutigen, dass er das noch macht, dann verliert er so ein kompletter Selbstwertgefühl, verdammt nochmal, sowas finde ich eklig. Okay, meine Freunde, es ist fast wieder von 0 an, boah, aber ihn gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.